Stefano Pantara in his kitchen Ready for another recipe Schönen guten Tag, heute ist eine Fenchel- und Orangensalat. Die habe ich in Sizilien gelernt, obwohl das kommt, ich glaube, ursprünglich von Nordafrika. Was sind die Zutaten? Wir haben Orangen, Fenchel, Frühlingszwiebel, trockene Feigen, Salz, Kreuzkummel, und natürliche Olivenöl. Wir werden jetzt die Produkte alle schneiden und kombinieren. Fenchel in Schüssel. Ich habe auch diesen grünen Teil behalten. Hat einen besonders schönen Geschmack in diesem Salat. So, jetzt die Orangen. So, wir versuchen, die Orangen etwas sauber zu haben. Von dieser kleinen weißen Haut. Und dann einfach so in Scheiben schneiden. Und jetzt kommen die Feigen. Trockene Feigen. Drei sollten schon reichen. Kleingeschnitten. Sie komplimentieren sehr gut, diese Geschmack von Orangen, Kreuzkummel und Fenchel. Und zwei bis drei von diesen Frühlingszwiebeln. Wir sind hier jetzt fast fertig. Du hast gesehen, der war sehr, sehr schnell. Wir wollen jetzt Salz. Zwei Prise von dieser Kreuzkummel. Schon gemahlen. Olivenöl. Und einfach zehn Minuten in Ruhe jetzt lassen. Salate ist fertig. Das ist es. Einen sehr guten Appetit. Genießen Sie das. Tschüss. Schöne Bombe. Tschüss. Einen sehr guten Appetit.